Namaste. So, willkommen zu Vollmond Meditation. Wenn man meditiert regelmäßig, man merkt was ist der Unterschied am normalen Tag zu meditieren und an Vollmond Meditation. Vollmond Meditation ist insbesondere sehr wahrgenommen in Asienländern, weil das bedeutet sehr, sehr viel. Weil Energie ist sehr, sehr stark. Man kann diese Energie benutzen für verschiedene Sachen. Sehr produktiv benutzen oder für ihre eigene Gesundheit benutzen oder was sie möchten. Weil Energie ist da. Wie du benutzt mit Energie liegt an uns. So, viele haben ein Programm und insbesondere Vollmond, ein Programm für die Geschäfte, was sie müssen machen. Denn die segnen oder die machen Ritual zu segnen dieser Programm oder die Wünsche, was sie, was wollten sie gerne haben. Aber wir müssen ehrlich sein mit unseren Wünschen. Wünsche ist sehr, sehr gut. Aber wenn diese Wünsche manifestiert, kann ich das wahrnehmen überhaupt. So, man muss Realistik wünschen. Der beste Wünsche ist gesund zu bleiben, glücklich zu bleiben und vielen Menschen zu helfen. Das sind sehr, sehr gute Wünsche. Aber liegt an euch, auf ihr Bedarf. So, wir machen jetzt die Meditation. Aber dieses Mal, wir machen eine Meditation mit Selbstheilung. Wir benutzen die Energie für Selbstheilung. So, wir machen ein kurzes Gebet, bevor wir beginnen. Ihr Rücken gerade. Zunge auf dem Gorn. Schönes Lächeln auf ihr Gesicht. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zu dem Hochs Gottlichem Sein. Gottliche Mutter. Gottlicher Vater. Zu Maha Atma Grandmaster Chau Koksui. Lord Maha Guruji Meling. Zu meiner Heiligen Schrie Schridi Sai Baba. Alle heiligen Lehrer. Meister aller Heiligen. Heiligen Engel. Heilende Engel. Erzengel. Große, große Wesen. Alle unsichtbare Helfer mit unseren Lichtwesen. Große Wesen. Zu meiner gottlichen Selbst. Von meinem ganzen Herzen ich demutig danke. Für Ihre liebevolle Schutz, Führung und Segnung. Für Ihre Segnung. Mit einem großzügigen, liebevollen Herz. Mit Mitgefühl. Mit Geduld. Mit innerer Heilung. Körperlicher Heilung. Mit Spiritualität. Und mit Wohlstand. Von meinem ganzen Herzen ich demutig danke. Ihnen vollem Vertrauen danke. Atmen Sie tief ein. Ausatmen bewusst auf die ganze physische Körper. Nach einmal tiefer einatmen. Ausatmen ganzer physische Körper. Ganz normal atmen. Linken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihre Nasenspitze. Aufmerksamkeit auf die Luft mit ein- und ausatmen. ganz sanft. Lenken Sie Ihr Bewusstsein zu Ihrer Herzchakra. Mitte Ihrer Brust. Ein wunderschöner, gottlicher Wesen. Und vergeben Sie ein schönes Lächeln zu Ihrer Herzchakra. ganz langsam, mit sehr viel Freude, lenken Sie Ihr Bewusstsein zu Ihrer Kronenchakra. auch ein wunderschöner, gottlicher Wesen. Auch ein wunderschöner, gottlicher Wesen. Ein wunderschöner, gottlicher Wesen. Ein wunderschöner, gottlicher Wesen. Und vergeben Sie das Wunderschöner, gottlicher Wunderschöner, gottlicher Wunderschöner. Sanft. Lenken Sie Ihr Bewusstsein ungefähr 20cm über Ihren Kopf. Stellen Sie eine goldene Flamme. Einfach können Sie auch mental sagen, goldene Flamme, ca. 20 cm über Ihrem Kopf. Schönes Lächeln. Aufmerksamkeit auf die goldene Flamme, aufmerksamkeit auf Ihre innere Stille. Schönes Lächeln. Schönes Lächeln. Ganz langsam, im Geist, singen Sie das Mantra OM. Gleichzeitig bewusst auf die goldene Flamme, bewusst auf die innere Stille. Aum. 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 heet Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz langsam, bewusst auf Ihre physische Atmen, bewusst auf die ganze physische Körper. Einfach vorstellen, ein brillantes weißes Licht fließt langsam vom Oben zu Ihrer Kronenchakra. Ihre Kronenchakra ist gefüllt mit dieses brillantes weißes Licht. Es ist gereinigt. Es ist gereinigt, energetisiert und strahlt. Die Energie fließt. Weiter nach unten, weiter nach unten, weiter nach unten, weiter nach unten durch den ganzen Kopfbereich. weiter zu Ihrer Kronenchakra. Ihre Kronenchakra. Die Kronenchakra ist gefüllt mit dieser brillantes weißes Licht. Es ist gereinigt. Es ist gereinigt. energetisiert, energetisiert und strahlt. Die Kronenchakra. Die Kronenchakra. Die Kronenchakra ist gefüllt mit diesem brillantes Licht. Es ist gereinigt. Wie geht es um? Komplett gereinigt. Energie, energetisiert und strahlt. Die Energie fließt weiter nach unten durch den Schultern, durch die Brust, Lungen, zu Ihrer Herzchakra. Aufmerksamkeit, Forderung hinter der Herzchakra. Ihre Herzchakra ist gefüllt mit diesem brillantes weißes Licht. Es ist gereinigt, energetisiert und strahlt mit Freude, mit Glückseligkeit. Die Energie fließt weiter nach unten, durch die ganze obere Körper, durch die Schultern, Hände, Ellbogen, weiter nach unten durch die Wirbelsäule, zu Ihrer Solarplexus Chakra, Aufmerksamkeit auf Ihrer Vorne- und Hintere Solarplexus, die brillantes weißes Licht, Füllt Ihre beiden Solarplexus Vorne und Hinten, Atmen Sie tief ein und aus, Ihre Solarplexus Chakra ist komplett gereinigt, energetisiert und strahlt. Die Energie fließt weiter nach unten, durch die ganze Bauchbereich, Aufmerksamkeit auf Ihr Nabel Chakra. Visualieren Sie Ihre Mentalseiten, einfach ein strahlendes weißes Licht. Füllt Ihr Nabel Chakra. Ihr Nabel Chakra ist komplett gereinigt, energetisiert und strahlt. Die Energie fließt weiter nach unten, durch die Wirbelsäule weiter nach unten, zu Ihrer Sexualchakra. Die Energie fließt weiter nach unten, durch die Wirbelsäule weiter nach unten, zu Ihrer Sexualchakra. Ihre Sexualchakra ist gefüllt mit dieses schönes, liebevolles weißes Licht. Es ist komplett gereinigt, energetisiert und strahlt. Die Energie fließt weiter, durch die Darm, durch die Wirbelsäule, langsam nach unten, zu Ihrer Wurzel Chakra. Aufmerksamkeit auf Ihr Wurzel Chakra tief ein- und ausatmen. Das Wurzel Chakra ist gefüllt mit weißes Licht. Es ist komplett gereinigt, energetisiert und strahlt. Tief ein- und ausatmen. Die Energie fließt weiter nach unten, durch die ganze physische Körper, durch die Hüften, durch Ihre Knie, Waden, Füße, die ganze Hände, Finger. Die ganze physische Körper ist gefüllt mit diesem göttlichen Licht. Jeder Zelle von Ihrer Körper ist gereinigt, energetisiert, mit Liebe, mit Freude, mit guter Gesundheit. Tief ein- und ausatmen. Mental sagen Sie, mein physischer Körper ist gesund. Mit einem schönes Lächeln. Die Energie fließt weiter zu Ihrem Ethik-Körper, Ihrem emotionalen Körper und Ihrem mentalen Körper. Alle die Körper sind gefüllt mit diesem göttlichen Licht. Die sind gereinigt. Und energetisiert und strahlt. Atmen Sie tief ein- und ausatmen. Sanft. Heben Sie Ihre Hände, die hohe Ihrer Brust, Händflächen zeigen draußen. Visualieren Sie die planeten Erde vor Ihnen vor, wie ein kleines Ball. Aus dem Herzen Gottes, durch Ihre Herz, durch Ihre Hände. Segnen Sie die ganze Erde mit gottlicher Liebe und gottlicher Frieden. Lass Frieden. Lass Frieden manifestieren auf die ganze Erde. Lass jeder Lebewesen segnend sein. Mit Freude, mit Frieden, mit guter Gesundheit. Mit Glückseligkeit und mit Harmonie. Lass Frieden manifestieren auf die ganze Erde. Insbesondere segnen Sie alle Menschen, die Ihre Hilfe brauchen. Mit innerer Kraft, mit Freude, mit Frieden und mit guter Gesundheit. Sanft lenken Sie Ihr Bewusstsein auf Ihr Herzchakra. Vom Zentrum Ihr Herzen, mit sehr viel Liebe, durch Ihre Hände. Segnen Sie Ihre eigene Familie. Visualieren Sie eine rosa-farbenes Licht durch Ihre Hände, stromend zu Ihrer Familie. Lass Ihre Familie segnend sein, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Freude, mit Harmonie, mit Vergebung, mit guter Gesundheit, mit Spiritualität und mit Wohlstand. Sanft bringen Sie Ihre Hände zurück auf Ihre Schoß. Lenken Sie Ihre Bewusstsein auf Ihre Wurzelschakra und Fußsohlen. Stellen Sie sich vor, ein brillantes weißes Licht durch Ihre Fußsohlen und Wurzelschakra. Gehen tief, tief in Mutter Erde. Lass Mutter Erde segnend sein, wieder regeneriert sein. Ich bin verbunden und verwurzelt mit Mutter Erde. Begleiten Sie folgendes Gebet im Geist. Zum dem Hoks Gottlichem Sein. Gottlicher Mutter, Gottlicher Vater. Zu Mahatma Grandmaster Chokoksuri, Lord Mahagruji Meiling. So Schildi Sai Baba. Alle Heiligen Lehrer, Meister aller Heiligen. Heiligen Engel, Heilende Engel, Erzengel. Alle große, große Wesen, unsichtbare Helfer mit uns in Lichtwesen. Zu meiner Gottliche Selbst. Von meinem ganzen Herzen nicht demutig Danke. Vor Ihre liebevolle Segnungen. Ihnen vollem Vertrauen. Danke. Atmen Sie tief ein. Ausatmen bewusst auf die ganze physische Körper. Ganz normal atmen. Wieder die Augen öffnen mit einem schönes Lächeln. Vielen Dank für Ihre Meditation. Einfach ein bisschen körperlich machen. Viel Freude. Viel Glückseligkeit mit euch und ihrer Familie. Wir hoffen, dass wir das nächste Mal etwas andere Meditation machen. Auch mit zwei Herzen. Mit Kombination von Vergebung. Eine gute Nachricht ist, dass wir mittlerweile viele Vorträge haben. Mittlerweile in Deutschland. Mein nächster Vortrag ist in München. Am 14. Juli. Ich freue mich, dass Sie ein paar Freunde schicken können. Oder hier selber kommen. Und ich freue mich dazu. Vielen Dank. Namaste. Namaste. Mal. Mal.